Die Schmiedstiftung stiftet Know-how, Zeit und Lernkultur. Die Schmiedstiftung versteht sich als Partner für Organisationsentwicklung im Dialog. Sie fördert gemeinnützige oder gemeinwohlorientierte Organisationen, Non-Profit-Organisationen in ihrer Weiterentwicklung in Fragen von Generationennachfolge, strukturellen Veränderungen, Wachstum, Führungsfragen und Organisationskulturfragen. Die Stiftung greift auf einen großen Schatz der ISB GmbH zurück, auf Know-how, Ideen, Konzepte und vor allem ein großes Absolventennetzwerk. Aus diesem Netzwerk engagieren sich ehrenamtliche Berater, wir nennen sie Dialogpartner, für unsere Einsätze, in unseren Angeboten, für die Organisationen. Die Schmiedstiftung wurde gegründet von Dr. Bernd Schmidt mit dem Ziel und dem Zweck, die Erfahrung und die Konzepte, die am ISB entstanden sind, der Gesellschaft zurückzuführen und einen gesellschaftlichen Beitrag damit zu leisten. Und vor allem Bühnen für ehrenamtliches Engagement zu bauen, in dem sich die ehrenamtlichen Berater professionell einbringen können. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.